hallo ich bin jetzt wieder da herzlich willkommen zurück quasi quasi heute direkt zum nikolaus habe ich mir gedacht dann muss er jetzt mal ein bisschen aufnehmen frühes bevor darauf arbeiten muss ja das ist schön für dich ja ich muss jetzt erstmal wieder rein finden mal ganz kurz hier war ein bisschen eisen ein bisschen wolle ein bisschen karotten ja ich würde mal schweine suchen da brauchen nicht so viele karotten das stimmt schon also würde mal sagen wir bauen mal irgendwas richtung baum wir brauchen wieder baum mehr gimme gimme baum ja stimmt locker cox ich habe ja gar cox geholt stop meh schafis wo ist mein haus hin ich bin jetzt so auf den kurzen weg so krass verlaufen wird das geht doch gar na gut dann werden wir erst mal ein bisschen ja aber und hin die villager machen das ja irgendwie ein bisschen abgernte du ja ja und dass er nicht aber dann wird das ja einfach wieder nur gras fällt mir auch jedes mal auf wenn ich irgendwo so im späten herbst über die landstraßen mit dem auto irgendwie mal kurve ja und dann sieht man ja am rand immer die ganzen rapsfelder und die weizenfelder und so weiter und da fallen mir auch immer die grasfelder auf diese vergessen haben abzuärmten dann müssen die bauen und man daneben stehen dann ach verdammt tun wir da richtig leid hier war die komische ja komm ruhig mit mir egal ich bin so verwirrt man ist die minecraft musik ein bisschen laut musiker ein bisschen leiser getötet ich hoffe dass man in den videos auch einigermaßen gut sieht auch wenn es dann mal dunkel wird später ich hab ja extra ein bisschen die helligkeit hochgedreht ah ja hier da hahaha warum habe ich da einen weißen baum gepflanzt die brauche ich doch sowieso nie ja holzer 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 um es mal mit age of empires 2 zu sagen ja oh sehr nett dankeschön und ihr eier sepplings mal auch mal noch ein bisschen ja ich will ja hier dass hier in der umgebung noch ein paar mehr bäume stehen als nur 3 4 5 dazu können ruhig 6, 7 sein und so. Ja. Dauert das lange. Ja, ist ja schön. Schon 6 sind dazugekommen. Oh, komm noch mehr. Gibt's mir. Sei mein Zippling. Los, come on. Oh, Apfel. Na gut. Auch nicht ganz schlecht. Aber auch nur, weil die Wahrscheinlichkeit relativ gering wird. Also vergleichsweise gering. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei einem Hühnchen eine Feder rauskommt. Ja, glaube ich. Ja, so reicht. So, Mitsukatsu. Wenn du jetzt ja nicht gleich dich verpissst von meinem Stuhl. Äh, na. Guck, guck, guck. So. Ach so. Nicht, dass sie wirklich nicht wachsen, weil der Gras in der Umgebung ist so ein Blödsinn. Oh, Apfel. Guck mal, Apfelkuchen machen, ne? Ja, gut. Äppel. Äppel Pie? Äppel Pie müsste es ja sein. Oh, das ist einfach der American Pie. Hm. Man weiß es ja nicht. Lalalala. 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 Das Gras nervt echt tierisch. Das hätte ruhig ein wenig weniger sein können. Und wie gesagt, ich weiß ja nicht, ob es überhaupt nachwächst. Müsste ich, glaube ich, noch theoretisch mal nachgucken demnächst. So. Da hin, da hin, da hin, so, das war's schon. Noch ein bisschen mehr Holz, bitte. Denn, jetzt wird Stall gebaut. Außenstall oder Innenstall, das weiß ich noch nicht so genau. Aber irgendwas würde ich gerne mal noch ausprobieren wollen. Ja. Und zwar, das werden wir gleich sehen, was ich ausprobieren will. Ich hab doch hier noch die Halbdinger, oder? Ja, fünf Stück, das wird er bereichen. Das wird er bereichen, Alter. Und zwar. Will ich jetzt mal testen, kann man da hochspringen, oder kann man da nicht hochspringen? Wenn ich jetzt hier den mache, und dann so noch halbe drauf mache. Ah, aufgefeucht. So, das heißt, ich kriege von einmal die Bauen, weil da brauche ich nämlich erst mal nicht so viel Holz für verschwinden. Das kann ich schon später noch zubauen, sozusagen. Weiß Bescheid. Da brauche ich ja 3, 4, 6. Ach nicht, da brauche ich doch lieber einen Zaun. Ich baue einen Zaun. Ja, wir bauen einen Zaun. Mann, was soll der Geiz? Buff. So. Äh, Quatsch. Hä? Kommt jeder rein. Junge. Darf ich mir helfen? Da, so, zack, zack. Boom. Und höp, 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 und zack, und zack, und zack, und zack, und zack, und zack, und höp. Näh. Kommt immer noch. So. 27 Stück noch, und 46 von diesen Dingern da. Dann bauen wir den hin. Direkt im Anschluss würde ich den eigentlich bauen wollen. Wir brauchen noch Erde, ne? Habe ich Steine dabei? Ich habe keine Steine bei. Na gut. What soll's? What soll's? Da haben wir halt keine Steine bei. Aber. Bauen wir uns mal zwei von diesen Dingern da. Oh. Ja, das war super clever. Die ganzen Dinger da zu fressen für den Scheiß. Hallo Katze. Sitzt du bequem hinter mir? Oh. Hüpp, 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 hüpp. Das meine ich, Mann. Junge. Und dann brauchen wir noch ein Fansgate. Früher oder später zumindest. Wir sind schon überall Gläser drin. Das ist Gord. Fair Gord. Das weg, das weg, das weg. Oh, Mann. Und noch eine Drohmeher. Ich werde dann später ein bisschen aufräumen. Jetzt ist es erstmal wichtig, dass ich hier die ganzen Sachen irgendwo reinkriege, ohne dass die mir hier tierisch im Weg rumliegen. Geht schon mal die Erde unter. Äh. Ja. Weiß Bescheid. Hier geht die Erde unter. Nee. Spader. Und jetzt wird Erde geschaufelt. Ja. Gibt es jetzt hier. Ah ja, heute ist übrigens da. Nikolaus habe ich ja schon erzählt. Und. Da werde ich ja gleich mal mir an die Zuckerstange krollen und die werde ich dann weglutschen wie sauer. Wenn ich die aufkriege, heißt das. Die gehen immer so schwer auf. Oh. Ey, Junge. Kennt ihr das? Wenn euer Katzenhaus dir absolut nicht das macht, was es machen soll, sondern nur das macht, was es nicht machen soll, das geht mir ständig so. Geht voll auf den Sack, ey. Voll blöd. Hm. Hm. So, jetzt bin ich mal nicht so... Mein Schwert ist fast put. Vielleicht sollte ich doch langsam wieder zum Schisser werden. Hm. Ja, natürlich habe ich ja die ganze... Oh. Und das, was man gerade brauchte, das hat man gerade rausgebracht, weil man gedacht hat, das brauche ich eh, Michael. Na. Der da. Heißt du, stattdessen hatte ich Seeds mit. Oh. Was machen denn die ganzen Schafe hier, ey? Oh, das ist Gravel. Na, ich würde aber Stein. Hallo, ich will Stein. Gib mir Stein. Scheiße. Das ist doch blöd. Ich habe ein fast kaputtes Schwert hier. Und das Nacht. Aber hier sind so viele NPC-Schafe, dass ja auch relativ wenig Monster kommen, nehme ich mir an. So. Wo kriege ich jetzt hier fucking Steine? Naja. Oh. Ich kann nicht mehr rennen. I'm hungry. Ich bin ungar. Äh. Was machst du hier drinnen? Was machst du hier drinnen? Bist du bekloppt oder was? Scheiße. Wo kriege ich jetzt hier was zu fugen? Lalalalalala. Ja, leck mich, du Vieh, ey. Komm, geh weg. Hä? Püsse ich, ey. So nicht, mein Freund. So nicht. Ich nehme ein bisschen Weizenkrallen hier. Wenigstens drei, dass ich wieder sprinten kann. Juhu, vier. Hä? Was ist jetzt los? Alter, der nimmt doch Ecstasy oder irgendein Scheiß. Nimm, 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 nimm. Hält er nicht die Fresse, Junge. Junge. Klappiger. So, da ist noch ein. Ja, haha, ich kann dich töten, Mann. Komm her. Ich sag, du komm her. Steine abbauen. Ich brauche langsam mal wieder. Jawohl, Eisen hab ich ja auch da, ne? Ja, wir machen mal einen kleinen Steinbruch draus. Jo. So, das jetzt mal reichen. Und hier noch. Diese Linie durch. Hopp, hopp, hopp. Ich habe jetzt 35. Ich habe hier so aufgezeichnet. Jetzt habe ich natürlich wieder auch keinen. Absolut beschissen, ey. Nichts gut. Nichts gut. Nichts gut. Hä? Das ist doch schon wieder scheiße. So, was macht der Zombie in meinem Haus, bitte? Ich ziehe hier aus. Das geht mir voll auf den Sack hier drin. Das geht mir voll auf den Sack hier drin. Das geht mir voll auf den Sack. Also, ich ziehe hier. Ui!